Herzlich willkommen zu Wirtschaft bewegt. Wir haben uns heute mit Kai Arne Gondlach verabredet. Er wird am 14. März beim Ausbildertag über das Thema, wie lebt und arbeitet man in der Zukunft, referieren. Hallo Herr Gondlach, Sie sind Zukunftsforscher. Was macht denn ein Zukunftsforscher? Zukunftsforscher zeichnen sich dadurch aus, dass wir permanent und kontinuierlich alles beobachten, was auf der Welt passiert. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir sind inzwischen ein sehr großes Institut mit fast 60 Mitarbeitern, damit das Größte in Europa und unsere Mitarbeiter beschäftigen sich genau damit. Wir führen Interviews mit Menschen, die heute Entscheidungen treffen und damit die Zukunft verändern. Sind das denn Entscheidungsträger oder ganz normale Menschen? In aller Regel sind es Entscheidungsträger, denn wenn wir mit Vorstandsvorsitzenden, mit Geschäftsführern, mit Gründern von Start-ups oder Entwicklern einer neuen Technologie sprechen und die uns verraten im Gespräch, wohin ihre Reise geht, was sie in den nächsten drei bis fünf Jahren vorhaben, dann können wir diese ganzen Mosaiksteinchen zusammensammeln und daraus ein gesamtes Bild zeichnen. Und wie ist das Bild? Positiv. Wir sind sehr optimistisch, was die Zukunft betrifft. Und gleichzeitig, wir suchen also immer für Branchen ihre Chance heraus, erstellen Geschäftsmodelle und helfen unseren Kunden auch zum Teil dabei, diese Lücke zu füllen. Und zweitens, wie sieht die Zukunft aus? Alles verändert sich, nichts bleibt, wie es ist. Und es wird immer schneller. Wie arbeitet man denn vor allem in der Zukunft? Wir sind ein Think Tank, eine Denkfabrik. Wir sitzen in Leipzig und sind fast 60 Personen und permanent auf der Suche nach genau diesen Menschen. Und das bedeutet, wir führen Interviews, wir führen wissenschaftliche Studien durch und leiten aus dem, was wir dort herausfinden, ab, was das für unsere Welt heute und in den nächsten fünf bis zehn Jahren bedeutet. Da ist wahrscheinlich das Thema Digitalisierung wichtig. Tatsächlich. Digitalisierung ist einer der größten Trends, der uns eigentlich seit Jahren beschäftigt. Und das wird uns auch nicht mehr loslassen so schnell. Digitalisierung bewegt uns alle und hat auch auf jeden Einzelnen von uns Einfluss. Was wird denn von heute später noch übrig bleiben? Vieles, das meiste sogar. Natürlich, es verändert sich alles. Und das bedeutet, wir Menschen verändern uns. Wir verändern uns in unseren Wertgefühlen. Wir verändern uns in unseren Tagesabläufen. Unsere Jobs werden sich verändern. Und gleichzeitig bleiben wir natürlich ganz wichtig. Und meine Kernthese ist tatsächlich auch, Digitalisierung führt nicht dazu, dass der Mensch sich selbst abschafft, sondern im Gegenteil. Digitalisierung führt dazu, dass Menschen wieder mehr Zeit haben, sich um sich selbst zu kümmern. Was bedeutet das jetzt genau? Einmal ein Beispiel vielleicht? Ganz konkret gesprochen. Die letzten Jahre haben wir viel beobachtet, dass wir eine sehr innige Beziehung eingegangen sind mit unseren Smartphones. Diese digitalen Assistenten wird es in zehn Jahren in der Form natürlich nicht mehr geben. Die ersten Beispiele dafür, dass Technik unsichtbar wird, sind zum Beispiel Amazon Alexa oder Google Home und ähnliche Assistenten, die zu Hause stehen, die ich mit der Sprache bediene. Und das bedeutet, diese Assistenten sind zwar immer um mich herum, aber ich muss mich nicht mehr so sehr darauf konzentrieren, sie zu bedienen. Und deswegen habe ich wieder Zeit für den Dialog mit Menschen. Und wie kann man sich denn jetzt fit machen für die Zukunft? Naja, die Kernstärken, wenn man fit sein möchte für Zukunft, sind tatsächlich Schnelligkeit. Man muss sich ein Stück weit darauf einlassen, dass man Veränderungen zulässt, dass man Veränderungen als etwas Positives sieht. Und das ist eine Sache, die wir in Deutschland als Schwäche beobachten. Es wird international als German Angst bezeichnet. Wir sind bei Veränderungen eher skeptisch. Und das Zweite ist, natürlich muss ich mit einem Stück weit Mündigkeit an die Zukunft herangehen und mir schon ganz genau aussuchen, wie möchte ich mit meiner Umgebung umgehen, wie möchte ich mit meinem digitalen Assistenten kommunizieren. Beim Ausbildertag, was können denn da die Besucher von Ihnen erwarten? Eine ganz bunte Mischung aus vielen, vielen Trends, aus unterschiedlichen Lebensbereichen. Da reden wir über Mobilität. Wie bewegen wir uns in Zukunft fort? Wir reden darüber, wie sich Ausbildungsberufe, wie sich jeder Beruf der Welt, nicht im Einzelnen, aber im Gesamten verändern wird, wie sieht es aus, wenn eine künstliche Intelligenz tatsächlich intelligent wird und als ein ebenbürtiger Gesprächspartner im Raum unterwegs ist. Und ganz wichtig, wie kann ich in Zukunft eine Chance erkennen? Also muss man keine Angst vor der Zukunft haben? Aus meiner Perspektive absolut nein. Vielen Dank für das Gespräch. Weitere Informationen zu aktuellen Themen finden Sie im Internet unter irk-ostbrandenburg.de und auf moz.de. Vielen Dank für's Zuschauen.